Willkommen zu einer weiteren Folge. So, es geht jetzt in den Kankeras. Lauer. Ach, das ist die komische Kankeras, die Spinne, wa? Frodo Beutlin ist in Kankeras Reich verschwunden. Nun muss ihn sein treuer Freund Sam finden, damit die beiden ihre Reise fortsetzen und Mittelerde vor der Unterwerfung durch Sauron bewahren können. Hier entlang. Eilt euch. Kommt, eilt euch. Dummer, fetter Hobbit. Herr Frodo! Sucht Frodo in Kankeras Reich. Sam, befreit die gefangenen Soldaten mit eurem Schwert. Ich will nur helfen. Schneller, Samwise. Schneller. Hier lang. Mir nach. Jetzt brauche ich meine ganze Trappe. Ist dieser Weg sicher? Da ist noch einer. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich dachte, das würde ich nicht überleben. Bitte, Herr Hobbit. Helft mir, meine Kameraden zu finden. Ich muss wissen, ob sie noch leben. Tja. Halt durch, Herr Frodo. Ich komme. Soldaten Gondors. Einfach gesagt, ne? Samwise lässt dich nicht im Stich. Hierher. Schwerter. Vorwärts. Komm schon, Samwise. Du darfst den Frodo nicht im Stich lassen. Komm schon. Lass mich nicht hier. Hierher. Haltet aus. Ich muss mir einen Weg bannen. Macht euch Kampfbereit. Vorwärts. Los jetzt. Wir können hier kein Nickerchen machen. Soldaten. Bitte, schneidet mich los. Ach. Wir sind ja ganz schön viele. Bitte. Helft mir. Ich hänge in diesem Netz fest. Ich will nur helfen. Das ist unsere Chance. Du hältst mich nicht auf. Muss ich durchschneiden. Los jetzt. Dann gehe ich jetzt mal noch hier oben lang gucken. Also gut. Wir müssen aufpassen. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wozu ich das Gold brauche. Schneller, Samwise. Schneller. Bringen wir es hinter uns. Hierher. Hilfe. Wir müssen aufpassen. Die Mission kann ich definitiv nicht mehr. Haltet aus. Ich muss mir einen Weg bannen. Ich will nur helfen. Ruhig jetzt. Vorwärts. Soldaten. Bereit machen. Komm schon, Samwise. Du darfst Herrn Frodo nicht im Stich lassen. Ich bin schon, Samwise. Vorsichtig. Sonst sehen sie uns. Also gut. Puh. Das ist unsere Chance. Stufe 7. Nicht schlecht. Weiter. Weiter. Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob ich überhaupt... Ist dieser Weg sicher? Ob ich automatisch schon richtig laufe? Holt mich runter! Ich hänge fest! Soldaten! Hier entlang! Geht! Bleibt zusammen! Immer weiter! Ach du Gott! Ich komme! Ist dieser Weg sicher? Mir nach! Macht euch bereit! Ruhig jetzt! Ich lasse dich nicht im Stich. Komm schon! Du schaffst das, Sam! Seid bereit! Bereit machen, Bogenschützen! Verlass dich! Hm. Macht euch kampfbereit! Noch einen hätten verloren. Ich lasse dich nicht im Stich. Oder eine zumindest. Schneller! Los jetzt! Wir können hier kein Nickerchen machen. Bitte! Schneidet mich los! Lasst mich runter! Ich lasse mich runter! Ich lasse mich runter! Ich lasse mich runter! Ich lasse mich runter! Vorsichtig! Sonst sehen sie uns! Vorsichtig! Vielleicht laufe ich zum Kreis wieder zurück. Das wäre ganz praktisch. Wir müssen aufpassen! Wir müssen aufpassen! Ja! Ja! Vorsichtig! Sonst sehen sie uns! Wir müssen aufpassen! Weicht nicht zurück, Männer! Da fragt man sich natürlich auch, warum hier Soldaten Gondos drin stecken. Du darfst Herrn Froge nicht im Stich lassen! Ich bin schon da! Schnell! Mir nach! Mir nach! Lass mich hier nicht zurück! Da ist noch einer! Sie werden diesen Tag verfluchen! Holt mich raus! Schneller, Samwise! Schneller! Soldaten! Bereit machen! Ich lasse dich nicht zurück! So, oben oder unten? Hm. Hier her! Schwenken die wieder? Komm schon! Was? Du schaffst das, Sam! Mir nach! Schneller, Samwise! Schneller! Schneller, Samwise! Schneller! Seid bereit! Macht euch kampfbereit! Ruhig jetzt! Bleibt wachsam! Sie werden diesen Tag verfluchen! Ungünstig, wenn da noch Orks drin stecken. Jetzt heil' ich ein bisschen. Bleibt Wasser! Komm schon, Samwise! Du darfst den Frodo nicht im Stich lassen! Ich bin schon da! Schnell! Hier lang! Das ist unsere Chance! Ach, die sind da oben! Jetzt brauche ich meine ganze Kraft! Hier lang! Ich bin schon da! Komm schon! Weiter! Weiter! Hierher! Komme ich überhaupt da hoch wahrscheinlich nicht. Ist dieser Weg sicher? Schneller! Los jetzt! Wir können hier kein Nickerchen machen! Schneller, Samwise! So, haben wir den jetzt schon mal platt gemacht! Hier lang! Schneller, Samwise! Schneller! Weiter! Weiter! Hier lang! Holt sie euch! Lass mich runter! Soldaten Gondors! Hey, hierhin bleibt ruhig! Ich muss sie durchschneiden! Da ist noch einer! Lass mich unter! Weicht nicht zurück, Männer! Man kriegt hier so viele Soldaten! Bitte schneide dich los! Das ist der Frodo nicht im Stich lassen! Da ist der Minder! Entweder kommt dann noch was ganz schlau, also die Spinne vermutlich kommt. Und dafür brauchen wir so viele Soldaten! Halt! Gefällt mir nicht! Halt durch, Herr Frodo! Ich komme! Mir nach! Hierher! Ist dieser Weg sicher? Na, bestimmt nicht! Ich hätte hier gedacht, ich habe ihn noch eh gesehen. Ich habe schon eine richtig kleine Armee hier gerettet. Verlass dich auf mich! Mir nach! Also gut! Also gut! Kau, kau! Das leckere Fleisch ist dort drüben! Weicht nicht zurück, Männer! Marsch! Zieht eure Schülter! Hinweis lässt dich nicht im Stich! Nein! Oh! Sie werden diesen Tag verfluchen! Abstand halten! Zusammenbleiben! Geht nach Kirit Ungol! Ich will nur helfen! Weiter! Weiter! Ist dieser Weg sicher? Äh... Bitte was? Da geht's aus der Höhle. Komm schon! Ruhig jetzt! Schwierter! Ich lasse dich nicht im Stich! Wir müssen aufpassen! Hier lang! Wir müssen aufpassen! Komm schon! Vorsichtig! Sonst sehen sie uns! Aber wie soll ich das schaffen? Das sind zu viele! Ich höre doch noch irgendwo hin! Komm schon! Puh! Hier lang! Hierher! Hier lang! Darüber! Komm schon! Ich muss ihn retten! Ich muss ihn retten! Ich muss ihn retten! Da ist noch einer! Ich will endlich meine Ruhe! Ich schaffe das! Ich bin schon da! Haltet aus! Ich komme! Macht euch bereit! Ich will nur helfen! Hier lang! Haltet aus! Ich muss mir einen Weg warnen! Haltet aus! Ich komme! Schneller! Okay, es ist mir grad... Ist ein Ritz hier? Braucht mit den paar Mannen mehr, wie man das schaffen soll? Schwierter! Marsch! Aber cool gemacht! Ha! Ich will nur helfen! Halt durch, Herr Frodo! Ich komme! Wir müssen diesen Vorposten zerstören, damit wir einen Stützpunkt errichten können! Ich bin schon da! Deswegen auch die Kohle! Soldaten! Vorwärts! Ob das gut geht? Somweis lässt dich nicht im Stich! Es geht los! Oh oh! Da rüber! Macht euch kampfbereit! Komm schon, Somweis! Du darfst Herrn Frodo nicht im Stich lassen! Ich will nur helfen! Komm schon! Wir müssen die Soldaten in Kirit Ungol ausschalten, um Sam den Weg zu ebnen! Zum Angriff! Ich lass dich nicht im Stich! Und was können wir noch bauen, ne Kaserne? Theoretisch sollten wir Kohle kriegen, ja? Tun wir auch! Die neue Kaserne ist bereit! So, die Einzelleute lass ich mal hier hinten! Und wir machen in der nächsten Folge weiter! Spitze wird ein Gemisch! Bis dann!